Ja, danke schön. Ich würde gleich auf der Lüste stehen. Es geht auch um den Pilatusbisch, wo wir alle guten E-Mails bekommen. Du hast schon nächste Woche, wo die Unterhaltsbeer-Zaustände sind, kam erst an der Strasse. Die Strasse ist ziemlich ganz schmull. Da könnte kein Lernst. Ich würde mich freuen, wenn man da so zu tun hat. Weil das zwar verschiedene Sachen geschieht, aber es tut kein sich von nicht für das ganz anscheinend richtig interessiert, weil dass es immer ein E-Mail kommt. Ich weiß nicht, ob es von dir ist. Dann sind wir heute eine Stunde umgegangen. Auf jeden Fall, dass die Zauschern an Pilatusbisch wirklich anhalten. Danke, Madame Tonson. Ich werde versuchen, zu empfehlen. Also, zur letzten Frage, den Herr Angel. Ich würde dazu eine Frage stellen. Wir werden im Detail zurückkommen, wenn man dem Herrn Angel antwortet. Aber ich so nicht direkt. Also, ich denke mal. Das ist ja nicht so, dass Familie nicht aufhängen, zehn Leute an ihren Reply to All-Man das machen. Ich meine, es sind ganz viele Leute, die den E-Mail kauten, an die ihre Unternehmung, und er hat nur gefragt, was das geht. Das sind ganz viele Privat-Schanien. Und das ist das, wenn wir immer heute diskutieren. Wir können natürlich Regeln machen, wir können den Unterprisen so wie sie sich zu beholen haben, wir können Reglemente holen. Aber wenn wir jetzt nicht auf dem terrain und die Regeln gehören, und die Reglemente nicht respektieren, dann müssen wir dann einen Platz mit der Unternehmung mit der Unternehmung, dann einen Raum zu zeigen, und dann sind wir dann, genau so schlau als je zuvor. Das ist wirklich ein Kampf, den wir am Ende sind zu feiern. Aber wir sind aber da, und da selbst generell, am Mamservice der Cirkulation hat die Idee, dass wir noch eine zusätzliche Person werden holen, die wir dann rekrutieren, das kann auch gerne valitudinär sein, die in der Tour so möchten, von den Privat-Schanien wohl verstehen, für zu kontrollieren, eine zusätzliche Person, wir haben da schon, für zu kontrollieren, welche Schanien um der Stadt, von den Privat-Entrepreneuren gehandelt ge.